Wolfgang Harig, der marxistische Philosoph, ist 1995 als Mann zwischen den Stühlen gestorben. Gegen den Richter, der ihn in der DDR für Jahre nach Bautzen gebracht hatte, wollte er vor Gericht nicht mehr aussagen. Über Walter Ulbricht hat er dann gegen Ende seiner Zeit milde geurteilt, obwohl der letztlich hinter diesem Urteil in den 50er Jahren gesteckt hatte, womit er dann nach Bautzen kam. Zitat, wäre ich der Ulbricht gewesen, hätte ich den Harig auch in den Knast gesteckt. Dagegen hatte er sich nach der Wende mit Walter Janker überworfen, mit dem er in der frühen DDR gemeinsam Reformen geplant hatte. Ein Mann zwischen den Stühlen. Am 29. November 1956 wurde Wolfgang Harig deshalb verhaftet, wegen dieser Reformpläne heute vor 65 Jahren. Die Welt steht Kopf, schreibt im Februar 1957 Gustav Just in sein geheimes Tagebuch. Bis vor wenigen Wochen war Just stellvertretender Chefredakteur der kulturpolitischen Zeitschrift Sonntag aus dem Aufbauverlag. Nun ist er entlassen und hat noch Glück, denn andere seiner Freunde sitzen im Gefängnis. Walter Janker, einst Spanienkämpfer und Kommunist, ebenso wie Wolfgang Harig, über den Just schreibt. Das ist unser bester philosophischer Kopf, noch jung aus dem Bürgertum zu uns gekommen. Janker und Harig, der eine Chef, der andere Cheflektor beim Aufbauverlag. Genau dort soll das organisatorische Zentrum einer konterrevolutionären Verschwörung gegen die DDR sein. Harig hat in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Karriere gemacht in der jungen DDR. Er hofft, dass der neue Kurs nach Stalins Tod 1953 auch in der DDR durchschlägt, so wie in Polen und Ungarn. Harig und seine Genossen im Aufbauverlag verfassen ein Pamphlet. Titel Plattform über den besonderen deutschen Weg zum Sozialismus. Es geht im Prinzip um die deutsche Einheit von links. Dazu soll zuerst die DDR fit gemacht werden. Das heißt für Harig und Genossen, Entstalinisierung von Partei und Staat, auch SED-Chef Walter Ulbricht soll abgesetzt werden, Gewinnbeteiligung in den Betrieben, Rechtssicherheit und Geistesfreiheit. Mit dem Vorbild eines menschlichen Sozialismus will man der SPD im Westen Auftrieb und Argumente für die Einheit von links verschaffen. Doch es kommt anders. Der Erfolgsaufstand in Ungarn Ende Oktober 1956 versetzt die SED-Spitze um Parteichef Ulbricht in Panik. Ein Übergreifen der Unruhen auf die DDR wird befürchtet. Schluss mit dem ideologischen Tauwetter. Harig und seine Mitstreiter werden im November 1956 festgenommen. Harig schreibt dazu später. Bald darauf werden Mitglieder der sogenannten Gruppe Harig wegen Bildung einer konspirativen, staatsfeindlichen Vereinigung zu zum Teil mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Harig selbst im März 1957 zu zehn Jahren Gefängnis. In seinem Schlusswort vor Gericht dankt er der Stasi, die ihn gerade noch rechtzeitig zur Raison gerufen habe. Wenn Sie mich nicht festgenommen hätten, dann wäre ich heute nicht reif wie die zehn Jahre, die der Generalstaatsanwalt beantragt hat, wenn Sie für den Geil sind. Acht Jahre muss Harig absitzen, die meisten davon in Einzelhaft. Sein reuevolles Geständnis und auch spätere ähnliche Äußerungen werden von Mitstreitern wie Walter Janka mit Unverständnis und Kritik quittiert. Harig selbst dazu nach der Wende. Die eine Möglichkeit war, die Wahrheit sagen und als Volkstribun auftreten, das wäre tödlich ausgegangen. Die andere Möglichkeit war, die Wahrheit sagen und Reue zeigen. Wolfgang Harig in Todesangst nahm den Rat seiner Peiniger an. Der Galgen blieb ihm so erspart. Als Marxist begriff er sich auch nach der Wende bis zu seinem Tod im März 1995. Nach der Entlassung aus der Stasi-Haft blieb Harig ein Querkopf, allerdings einer, den die SED wohl nicht mehr fürchtete. Ein Stichtag von Sven Hecker. Heute vor 65 Jahren wird der regimekritische Philosoph Wolfgang Harig in der DDR verhaftet. Am 29. November 1956. 56.